aber ich bin er geholfen und packt man doch die mosi glückskugel in den lauf die kommen noch alle mit dem schütze roxys waffen wo schon wieder wegen dir du komischen rex arsch hier den bad boys killer echt was gutes in dem ich mir die ganze zeit wieder munition von ihnen können und einfach die ganze zeit am ballern bin kriege ich nicht da oben und nebenbei verbessere ich noch meine kd muss ja schon längst positiv sein nein immer noch nicht er ging er war noch so hart verkackt ich bin auch wieder bei 26 33 auch nicht positiv ein freund krieg jetzt auch nicht mehr hin in 30 sekunden aber ich sehe es auch gerade keine mehr wo ich gerne müssen würde von meiner position aus kannst du auf genug schießen die immer wieder darum laufen ich nicht wird denn die sniper da oben auf dem berg aber man immer ich alter der bewegt sich so vordergeschossen hat bewegt dass ich nach ein stück nach hinten weg dann hätte ich doch treffen müssen das gibt es nicht ums vertreten okay jetzt sollte ich mal langsam nicht zurückziehen äh ich tue da eine kommt zum scheiß leitling und so kommen da ist so viel oder was mhm ich habe gerade ziemlich gut schaden bekommen oh ja da kommt einer hoch ich werde ihn noch gerne in der oma haben ah meine brandunterdrückung hat mir das leben gerettet ja pass auf es kommen drei leiten das ist gut die will ich haben also ich war mein panzer ja noch zu schrott na so viel steht fest ja ja ich mache auch noch ein paar kills bis ich sterbe und dann beende die aufnahme nein 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 mein panzer hier wird zu ende gefahren danke also die leiter und trauen sich gar nicht mehr richtig raus gegen mich ich glaube die anderen musiken er brennt das war meiner du arsch der leitling brennt aber der nächste leitling brennt aber erst wieder hinter das schild gehalten alle leitlings anbrennen und flüchten in das schild willst du das anders da machen nein aber ich würde gar nicht aus dem schild rausgehen wenn ich direkt von mehreren antitank geschützt abgeballert werde meine fresse bin ich heute langsam natürlich sind sie mich wieder das machst du eigentlich mal kurz wer auf dem berg und so die geht nicht verhofft das war jetzt aber genügend die hohe so eine auch axiomel doch gehen zu proletzten wieder ein Harry nur in Deutschland so ein Dorn Felsen sind Felsen im das Leben gerettet ins Nippo dabei ist es eine Umgebung oder erheben kann sagen nicht gehen sagen nicht überlegen glaubst du es jetzt ab jetzt weil ich weiß die sind so viele Leute auf mich ja sie werden mutiger die kommen immer verstärkt auf das ding drauf den turm trotz dass auf die fresse kriegen eigentlich zahnt ich alt was platounwegfunk aktualisiert er ist wieder da hinten was wir bleiben jetzt hier bis die aufnahme fertig ist und gut ist hat er uns im gang okay nice one nice one ich würde sagen Sven wie weit brauchst du noch ich habe noch volles leben jetzt werde ich wieder abgeballert hinter dir ist eine max was hinter mir ja also neben die rechts jetzt ja die ist auch da und und der harry da bekommt jetzt auch probleme hoffe ich naja der fährt hinter uns das ist nicht gut ein harry hinter uns ist nicht gut die kommen den berg hoch ein sanderer kommt ja und aber der harry hinter mir macht mir immer probleme glaube ich oh ja das sind ganz viele hinter uns und der harry brennt harry brennt harry brennt harry brennt und da erschießt mich wieder fury oh arschgeige ja die fury gunner die will ich mir jetzt vornehmen was ich bin leer geschossen genau jetzt bin ich natürlich leer weil kein ammo sandy mehr hier ist haha ich glaube das war es dann nein 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 ich überlebe das ein getöteter ein ding das ist langweilig geworden glaubt mir glaubt mir ich überlebe das schrott den dinger jetzt ist schicht im schacht nein ich bin nur so ein bisschen am smoken ich überlebe das schacht auch und kann tödlich sein muss es aber nicht ja lightning sichtungsbonus verdienstabzeichen mein lightning repariert sich währenddessen selbstständig hab mal wieder aufgeräte zu rauchen jetzt bin ich gleich wieder bei der munition und lade mich mal wieder durch und dann schieße ich alter was da wieder kommt woher kommt denn hier ach das gibt's doch jetzt nischt natürlich die mags die eigene mags hat mich getötet oh ein lappenking oh ein lappenking es gibt nur einen wahren lappenking na eben da bin ich auch wieder geliebter nein Sven ist ja king oh jetzt jetzt bleibt das stehen und aimt an mich das ist doch eigentlich hat Sven mehr Rechte wie du für die king ist ja ich bin derbe king ich bin wieder derbe tot ja ich nicht ich bin schon ewig nicht mehr verreckt weißt du das ist der Unterschied das ist der Unterschied das ist der Unterschied schnauze ich lebe immer noch und jetzt da kämpfe ich gegen einen Haras mal wieder ja der steht hinter dir ja der ist schon wieder richtig am absmoken ja vielleicht hole ich mir auch ein paar von den Mossys runter ja ach komm ich krieg diese scheiße muss ich nicht so das ist der Mossys Glücksschuss nein Mossys Glücksschuss ja ja wenn du eine Mossys triffst hat sich die erledigt deswegen brauchst du einen Mossys Glücksschuss und dann machst du das mit der Mossys weil die ist dann nicht mehr glücklich haaa die Lipp zieht direkt vor meinem Schuss nach unten kann doch nicht sein die hätte ich runter geholt dann packt man doch die Mossys Glückskugel in den Lauf achso die ist jetzt drin nur blöderweise will ich jetzt eine Valkyrie abschießen achso ja halt ich komm ich helfe dir ich hab auch Mossys die ist jetzt auch weg hm ich hab Glücks Munition da ist die Mossy fuck ah nee wieder verfasst ok da muss ich ja vielleicht doch den Heavy da holen die hab ich auch wieder nicht bekommen ich hab die Flugzeug Glücks Munition dabei wenn wir hier da sind sind viele da? jo dann machen wir sie weg sagen wir so oh da hinten ist ne Galaxy wo sind sie denn? ich sehe sie nicht überall oh hinter mir ist schon wieder ne Harry einer der ungesundte Art einer von der Art ich wohnen hittet dich wenn ich will jetzt ist mal der emotionale Hälschle jetzt wo sie brennt die hässliche Ding scheiße der Harry hin ist ja abgestürzt oder was? schrei nicht so laut ich bin auch kurz vorm abnibbeln also haben wir die ja gut haben wir mal ein paar mehr Folgen ist doch Wurst jetzt grad passt ja komm schon da hinten ein Warno Maggie nein da lag irgendwas auf dem Boden so da ist ja nix mehr doch da kommt ne Galaxy da unten ist ne Galaxy schieß drauf ich kann doch nicht doch ich kann doch ich hab ne MacRider Killer es ist MacRider? ja MacRider ich hab dir grad so ein bisschen die Warnoß flankiert ja jetzt komm mal jetzt kriegen wir sie bleib grad gegen die Warnoß über die ganze Web mit meinem Warnoß irgendwie so so über halb in da drüber so über halb in da drüber ja wohl ich hab ein Galaxy Kill gemacht oh nice komm mal wieder an den Berg hochgefahren und kümmer mich mal wieder um die Terraner weil die Warnoß sind jetzt auf der Flucht weil sie wahrscheinlich nicht checken wo meine Schüsse herkommen oh was auf der Kopf der dir kommt ne Lippen gegen alles was hier rumfliegt sind schon mehrere Terraner an der Base möchte ich anmerken ist mir bumsegal was mit der Base ist ah ne ne Dings ne die einfach abgestattet ist ja die war mir das war mein Kill stimmt ich hab ein Kill gekriegt haa oh ich hab dir aussteigend Bug und ich bin tot oh doch Assi jetzt aber dein Ding da steht noch also ja da muss ich jetzt hinlaufe aber ich hasse diesen Bug trotzdem ich kann ihn auch gerne bergrunterschieben wenn du willst ne danke tue twit-tue tue twitty tue twitty tue twitty chung euer ich werde der Warum der hat doch volles Leben? Scheiß auf den Panzer. Wir können Panzerminen legen. Naja, du legst so wie ein Behinderter, legst du die Panzermine. Wann legt man Minen nebeneinander? Du haben die an einem Sprengradius und so. Ja, aber eine Mine reicht nicht, um einen auszuschalten. Ja, aber wenn du einen Meter nebendran legst, reicht das. Nicht auf einen Haufen. Kein Mensch legt so einen Minen. Weil sie da im Gebüsch liegen. Würde ich eine mitten auf die weiße Straße legen, eine schwarze Mine, dann hätte ich ein Problem. Das sehen wir hier auf Inder, äh, Isamir. Die Straßen sind trotzdem extrem hell im Vergleich zu... Ja, weil das, dass Leute wie du es sehen, wo sie hinfahren müssen. Ja, siehst du, da gibt es mehr Leute wie mich und die sehen da, wo sie hinfahren müssen und sehen dann, oh, Mide, da fahr ich nicht hin. Und ich habe einen Flash zerstört. Wollte ich gerade sagen, ich habe einen Typ gekillt mit der Skyguard. Der ist gerade neben mir gestanden. Oh, scheiße. Fuck. Oh, fuck, da kommt ein Panzer. Da kommen ganz viele Panzer. Ich habe ihm zwei Hits gegeben, der ist schon halb am Brennende. Ja, ich gehe trotzdem zurück, ne? Ja, ich repariere mich mal. Und dann ziehe ich weiter an den Krieg. Irgendwas habe ich jetzt überfahren bestimmt. Oh, oh. Die kommen. Ja, da kommen wir, Harry Leitz. Zack, und wieder einen Schuss verpasst. Zack. Oh, ich habe einen Mellick weggeschossen. Zack, die Panzer der Heizverpassung. Stehner, Feuer, rechts, um den Berg. Und ich habe Leitling weggeholt. Der Weapon ist schon so anders, ne? Ja, ja. Wir waren auch eigentlich, wir sind ja die Aufnahme schon beendet. Wir waren ja doch die Aufnahme zu Ende eigentlich. Seit Viertelstunde. Ja. Das kann ich dafür, wenn ich nicht sterbe. Doch, bist du einmal, bist du gestoppt. Gleich bin ich weg, gleich bin ich weg. Ja, aber mein Panzer ist ja doch da. Oh, 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 oh. Ja, wir haben gesagt, oh, aber so, ja, da kommt die Masse von hinten, aber ich bin ja dran. Perfekt gegen den Biker, der hat den Typ. Der hat direkt genug Leben. Jetzt muss ich wieder vor, weil das sind schon wieder gegnerische T react. Ich habe einen Beschossener whenever so irritiert, dass er gegen den Biker wieder neigienzaiert. Er war irritiert, dass du getroffen hast. Ja, er ist direkt in der Berg, der ist um die Kurve und dann gleich in der Berg reingekracht. Oh, 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 oh. Da schaffst du nicht mehr,immkriegen. Ja, das schaffst du nicht. Stopp. Stopp. Du Noob. wenn ich dich reparieren wollte nie floh ich werde jetzt hier von irgendwas gedauert aufwachsen hier viele okay ich habe es hat ja ledig alter schau mal auf mein tod ist der geset einfach die was da geht wir haben gleichzeitig auf mich geflogen ja machen aber ich habe ich habe im letzten leben kann eben noch bald reich ist gewacht also das letzte leben war es davor stimmt gut dann mache ich mache ich noch mal jolo aktion fahr mal schön durch die gegner da vorne durch und ja warte ich habe ja nicht naja ich bin voll ja ich repariert ich werde du jolo wässig nach vorne fährst schritt für schritt du musst schon langsam vorfahren bin schon durch bin durch man stehen bleiben er lebt doch ja ich lebe noch aber nicht mehr lange das mache ich nicht lange mit das bist du direkt vorne am tor ich war wieder den berg hoch ich glaube berg jetzt hochfahren ist dein tod hier ist mein tod könnte hinkommen noch könnte hinkommen nein das land nicht aber dann packe ich halt meine granate und werf sie und habe ich noch jemand getötet nein habe keinen mehr getötet was habe ich denn jetzt hat vier kill ja oder der granate entgegen geworfen vier kills davon ein paar mozis würde sagen das war es dann von dieser aufnahmesession beste mix mal tschüss